Hallo und herzlich willkommen aus Brandenburg an der Havel. Wir haben heute den 18. Juni 2011 und hier findet heute das Havelfest statt, wie im jenem Jahr. Ja, und in diesem Jahr wird es auch einen Auftritt geben von Marco Lessenthin. Der hat nämlich zusammen mit Systems & Blue einen Song produziert, der heißt Ich liebe dich. Und den wird er heute hier auch performen. Das wird hier alles so im Rahmen dieser Veranstaltung um die Krönung der Havelkündigung stattfinden. Ja, und wir werden mal dabei sein und werden nachher auch Marco Lessenthin persönlich interviewen. So, und da ist er für euch Marco Lessenthin. Ich liebe dich Ich will dein Herz für mich allein Verliere dich In meinen großen Traum hinein Denn wir zwei Werden diesen Weg zusammengehen Vielleicht auch nah Kann es geschehen Ich liebe dich Dankeschön! Vielen Dank! So, wir sind jetzt hier direkt nach dem Auftritt und ich habe hier mal Marco erwischt und wollte ihn mal fragen Ja, Marco, du hast jetzt hier diesen Song gesungen, Ich liebe dich. Wie kamst du zu dieser Nummer? Ja, also eigentlich bin ich ja ein großer Schlagerfan. Auf meinen Veranstaltungen als DJ oder Moderator hat man ja oft viele oder auch als Veranstalter hat man ja viele Schlagerstars und Schlagermusik immer mit am Start. Und für mich war wichtig auch immer einen Schlager zu machen, was ich Schlager sehr gut finde. Und da kam mir die Idee, ich liebe dich, einen Titel zu komponieren, zu texten, der für alle Frauen der Welt geschaffen ist. Ich denke mal, da gibt es die eine oder andere Frau, wo das auch hinpasst. Da dachte ich, ich liebe dich, das ist der Titel. Ja, du warst ja hier auch ganz umringt von schönen Frauen auf dem Havel. Also, ja, da ging es ja um die Wahl, oder geht es ja immer noch um die Wahl zur Havelkönigin hier. Das macht dich nicht nervös oder so, ne? Nein, also man fühlt sich ja wohl bei Frauen, wenn man Frauen um sich hat. Also wäre es schlimm, wenn es eines anders wäre. Und ja, ich finde es schon toll, wenn man hier so tolle Damen neben der Garderobe hat, vor dem Auftritt. Ich finde das toll. Okay, und bei dem Song selbst haben die Assistants in Blue geholfen. Ja, wie ist die Zusammenarbeit gewesen mit den beiden? Ja, eigentlich professionell wie immer. Also, ich habe Detlef damals die Nummer rüber, A Cappella rübergestellt und gesagt, komm, kannst du dir vorstellen, die Nummer zu machen? Wir brauchen doch wieder einen Hohen Chor. Ja, dachte, ja, kein Problem. Tonlage, alles abgescheckt. Und Micha kam dann auch zu Detlef, haben wir alles organisiert, hat einen wunderbaren Chor mit Detlef dann gesungen. Ja, wie immer professionell, bin auch dankbar und möchte auch ganz liebe Grüße an Detlef und Micha, dass sie das wieder gemacht haben, weil ich bin ja nicht so einfach im Studio. Wir wollen ja mal alles genau haben und wir haben viele geändert und Detlef war da schon ein bisschen, ich sage nicht genervt, aber ich war nicht einfach. Aber das Produkt zeigt sich ja, also, hat sich gelohnt. Wunderbar, ich glaube, dann wünschen wir jetzt Marco Lessenthin viel Erfolg und vor allem, dass die Nummer auch im Radio gespielt wird. Also, viel Erfolg. Danke, danke. Tschaui, tschüss. So, wir haben ja auch noch Frank Sander, der heute auch einen Auftritt hatte. Frank, wie gefällt es dir hier in Brandenburg an Havel? Ja, ich bin ja voll eingemeindet. Also, er ist Ehrenbürger von Brandenburg und außerdem Fritze Bollmann gehört ja nun mal zu Brandenburg, zum BC. Es hat mir unheimlich gefallen. Also, die Leute sind wirklich sehr, sehr gut drauf und es war zum Schluss natürlich jetzt zweimal Musik rechts und links. Das hat ein bisschen genervt. Ich habe etwas dünnwandig, aber so ist das okay. Ich komme wieder und denke, ne? Ich glaube, diese Verbundenheit, diese Regionale, das rechnen Sie dir auch sehr hoch an, die Leute. Ja, also, es hat mich irgendwas entschüttert. Zwei Damen, die irgendwo herkamen, die haben abgeheult und so, die musste ich erstmal in den Arm nehmen. Und sowas haut mich dann immer um, weil es ist sehr eng dann, ne? Und wenn sich jemand emotional so verbindet, weil ich natürlich sehr viel für arme Menschen tue und das kriegen die schon mit. Aber damit gibst du ihnen ja auch ein wunderbares Gefühl mit und das ist ja auch... Das ist wichtig. Bin ich nur Künstler, also, der sein Ding macht, sondern ich denke mal, das Gefühl, das spüre ich schon, ne? Frank, wir denken, du machst einen guten Weg momentan und wir wünschen dir viel, viel Glück bei deiner weiteren Arbeit. Euch auch, ne? Und demnächst ein großer Sender und ihr seid aber... Ich muss jetzt mal... Ja, alles klar. So, das war Frank Zalner. Heidi Hustig. Satja Milhase. Pauline Vogt. Juliane Schulze. Und Michelle Louise Kühn. Den Moment lassen wir jetzt nochmal einfach mal so stehen. Sie sollen die Atmosphäre hier genießen. Ich mache nicht so lange wie sonst die im Fernsehen, verspreche ich Ihnen. Aber einen kleinen Moment. Zum Beispiel, dass wir mal uns anschauen können, wie die jungen Damen sich festhalten. Die Havelkönigin 2011 heißt Katja Milhase. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So, und ich habe jetzt einen Ecki neben mir, der hat heute den ganzen Tag durch die Veranstaltung geführt. Havelkönig machst du ja nicht zum ersten Mal, ne? Nein, dieses Jahr das elfte Mal. Wir haben jetzt die elfte Havelkönigin gewählt und das ist jedes Mal aufs Neue spannend. Also war auch ganz aufregend für dich heute mal wieder, das so zu machen. Und was waren die besten Eindrücke für dich? Nein, es war deswegen so aufregend, weil es auch durch die Jury, so wie es aussah, eine sehr knappe Entscheidung war. Und es war natürlich immer wieder schwer für die Jury, da eine Entscheidung herbeizuführen. Aber die besten Augenblicke waren, glaube ich, die Mini-Playback-Show und die Spontanrunde, weil das war eine sehr schöne, intensive Runde. Aber auch die Mädels in den Brautkleidern zu sehen, das ist natürlich auch immer sehr schön. Das fand ich auch besonders schön, ja. Dann wünschte man natürlich der Havelkönigin viel Erfolg. Dann hat sie jetzt ein stressiges Jahr. Was sind so die Aufgaben einer Havelkönigin so übers Jahr? Also aus den Erfahrungen heraus wissen wir, dass die Havelkönigin so zwischen 100 und 120 Auftritten hat. Und sie wird jetzt also die Stadt Brandenburg repräsentieren. Sie wird zu vielen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Märchenveranstaltungen bis hin zu Festen, aber auch offizielle Empfänge und andere Geschichten da sein. Gut, dann drücken wir hier natürlich die Daumen, dass das alles super meistert. Ja, wird sie. Bin mir ganz sicher, haben sie bis jetzt alle geschafft. Und ja, mal sehen, wie es dann weitergeht. Dir dann auch viel Erfolg bei deinen weiteren Präsentationen jetzt hier in Havelkönigin. Und du machst ja auch sonst noch sehr viel mehr. Genau. Ich bedanke mich und wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Tschüss. So, und jetzt haben wir hier die frisch gekrönte Havelkönigin, die Katja. Hallo Katja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, vielen Dank. Bist du sehr aufgeregt? Ja, immer noch, total. Ich zitter noch am ganzen Körper. Das ist wahnsinnig. Hast du damit gerechnet? Nein, absolut gar nicht heute. Da ist so ein kleiner Traum in der Flucht gegangen sozusagen. Ein großer Traum. Ein großer Traum. Das Jahr wird ja vieles mit sich bringen und wird einiges verändern. Was erwartest du so? Ich hoffe einfach, dass ich dadurch auch noch eine eigene Persönlichkeit entwickle, mich einfach weiterentwickele, ganz viel dazu lerne und viel Spaß haben werde und Freude. Du darfst ja jetzt auch Brandenburg dann viel präsentieren außerhalb. Also wir haben ja schon gehört in Karlsruhe. Und ja, also ich meine, da wirst du auch viel reisen jetzt demnächst. Ja, also Reisen gehört zu einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Daher freue ich mich darauf absolut. Ich bin total gespannt, wie ich die ganze Städte kennenlernen werde und die ganzen Leute. Ich freue mich riesig. So, und jetzt nach der Krönung hast du noch einen Termin. Jetzt gehst du noch aufs Schiff und ja, freust du dich da jetzt noch drauf, so ein bisschen über die Haffel zu fahren? Absolut. Es ist ja mal was ganz anderes, das Feuerwerk von so einem Schiff zu erleben und dieses ganze Drumherum, der Kurfürst und die ganzen Kapitäne. Das ist super. Ich freue mich riesig. Okay, dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei. Dankeschön. So, wir befinden uns jetzt hier noch im Backstage-Bereich. Hinter mir seht ihr auch die Bühne, wo Marco vorhin aufgetreten ist. Und auch die Haffelkönigin wurde ja schon gewählt. Das Einzige, was heute am Samstag noch auf dem Tagesordnungspunkt steht, ist das Feuerwerk. Und das gucken wir uns gleich mal an. Unsere frisch gekrönte Haffelkönigin zu euch auf den Weg, um euch willkommen zu heißen. Alsdann heiße ich euch willkommen auf meinem Schiff. Holt über! Natürlich wunderte sich der Kurfürst, welche wundersamen Gestalten, was für eine seltsame Mode. Untertitelung des ZDF, 2020